okay haben wir nicht so viel hergestellt da kommen wir noch was zurück so wie sieht es mit den dias aus 17 schön 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 und es ist dunkel was sagt uns das oh ja dahinten sind welche wie sieht es aus haben wir noch genug jawohl dann blasen wir zum angriff die creeper stören mich da ein bisschen weg von meiner baum war sehe ich da irgendwo in ball in der perle nein sehe ich nicht treffen wir gelernt sein okay laufen wir mal lang wo der gerade war nix okay wir müssen was essen hoch den schaffen wir aber noch okay in der man geht nicht mit pfeil und bogen und was für ein kampf hier jawohl eine perle ja eine perle und kopf noch ein kopf schön okay das ist gut das ist gut da haben wir unsere zehn enderperlen schon fast zusammen schauen ob wir noch einen finden das mit dem pfeilbogen war auf jeden fall eine gute idee jetzt haben wir doch wieder so ein krater müssen wir nachher mal zumachen haben wir hier kein innen der männchen hallo 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 keine insicht headshot macht ja ein bisschen laune ne so wo ist jetzt ein enderman hallo nicht schießen bitte ein feuergefecht wie so was bin ich bin schon weg endermans endermans wir haben hier keine endermans immerhin haben wir noch eine perle gekriegt nicht eine zumindest eine ist ja schon mal nicht schlecht für den anfang so das ding aufladen da ist noch einer super groß der ist groß hallo bist du groß sonst sehe ich keinen auf weiter flur so was ist los mit den flügeln hör damit laufen wir mal auf dem boden rum vielleicht spawnen die dann eher ne weiß man's weiß man's weiß man's weiß man's ich werde schon wieder beschossen dabei habe ich nix getan gar nix irgendwie ist hier keine endermans area ja Keine da, keine da. Schade, ich hätte gerne noch einen. Oder zwei. Zu zweien soll ich auch nicht hinein. Nur gar keiner ist im Buschen doof. Au. Von hinten erschossen. Okay, es wird hell. Ich gebe auf. Die große, fünfeckige Sonne geht auf. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe Staub im Hals. Oder eine Zunge. Hat sich denn hier was ergeben, freundlicherweise. Nada niente nixe. Dafür habe ich Stealsword. Das kann ich ja einschmelzen. Habe ich Stahl. Kann man den ganzen Ramm schon mal hier lassen. Wo auch immer der hingehören mag. Ich will ihn nicht haben. Da kommt später ins ME-System fertig. So. Das auch. Die Rüstung können wir auch gerade runternehmen. Da eine Kiste schmeißen. Ist das auch Stil? Ne. Osmium. Lapis. Lapis. Naja. Okay. Nehmen wir mal so hin. Ja. Schön weiterfallen Leute. Schön weiterfallen. So. Lalalala. Wenigstens haben wir jetzt den Strom im Griff. Juhu. Erstmal ab in den Keller die Rüstung weglegen. Und dann machen wir mal weiter mit der Ender Query. Zack. 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 So. Noch was? Noch was ohne Fahrschein? Ne. Okay. So. Ender Query. Okay. Dann gehen wir das mal ein. Ender Query. So. Da ist das Teil. So. Davon haben wir jetzt schon zwei. Dann würde ich sagen. Kümmern wir uns um. Diamond Edget Computational Matrix. Verstehst du? Verstehst du nicht? Verstehe ich nicht, dass du das nicht verstehst. Quarz. Haben wir fünf Quarz. Das wäre jetzt eine Frage. Die hätte ich gerne beantwortet. Was ist hier drin? Block of Quarz. Einer. Okay. Einer ist schon mal nicht schlecht. Wo kriegen wir den her? Pure Nether Quarz Crystal. Alles klar. Von Netter. Netter Quarz. Da oben haben wir doch noch netter Quarz. Quarz. 17 Blöcke. Zack. Fertig. Burnen müssen wir die. Burnen. Waren das vier? Ah. Burned Quarz. Jawohl. Burnter Quarz sieht natürlich so aus. Mit so einem Guckfenster. Logisch. So. Jetzt haben wir Burned Quarz. Kombiniert mit vier Diamanten. und so ein Ding da. Hallo. Achso. Ich muss. Logisch. Schon wieder verwirrt. Schon wieder Verwirrung. Verwirrung im Innovierende. Okay. Dias. Ich brauche Dias. Zack. Jetzt hole ich mir hier Dias weg. 17. 1, 2, 3, 4. Wann kommt denn hier der nächste? 7 Stück. Haha. Gleich. Gleich kommt der nächste. Tak, 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 tak. Jetzt die Dias da ganz schnell hingeklatscht. Zack. Und schon haben wir ein Diamond Edge at Computer National Matrix Dingteil. Das kommt dort in die Mitte. Dann kommt das da und dahin. Dann geht das weiter. Und zwar mit mit diesem machen wir mal zwei Ender Cores. Dafür brauchen wir. Dafür müssen wir nochmal zwei davon verschwenden. Ist ja nicht verschwendet. Dann müssen wir noch zwei davon benutzen. Da haben wir neun. Wie ging das nochmal mit diesen komischen Augen? Eye of Ender mit Blaze Powder. Das heißt wir brauchen zwei Blaze Powder. Haben wir. Haben wir alles da. Überhaupt kein Problem. Zack. So. Da haben wir zwei Enderaugen. Eye of Ender. Enderaugen. Ja. Das ist eine Enderperle. Enderaugen. Logisch. Wer das nicht versteht, den kann ich auch nicht helfen. Okay. Magical Wood. Magical Wood. Jetzt wird es heiß. Ach du. Mann. Du, Mann. Du, Mann. Du, Mann. Emeralds. Okay. Ich glaube, da kann ich finden ausschließen. Oder? Ich werde doch niemals so viel Emeralds finden. Scrapbox kriege ich mal ein Emeralds. Das glaubst du selber nicht. So, da bin ich wieder. Es gab einen kleinen Cut. Ich musste kurz zur Tür und der Nachbar und so weiter. Naja, okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Okay. Wir haben uns, ach ja, stimmt. Wir haben uns das Emerald-Problem angeguckt, ne? Wir brauchen Enchanted Books. Egal welche. Wahrscheinlich, ne? Okay. Das heißt, wir müssten uns ein Dorf suchen. Und gucken, was die haben wollen. Und dann müssen wir mit denen tauschen, ne? Ich glaube, so wird es laufen, ne? So. Erst mal was essen. So. Okay. Schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Ein Dorf. Ich glaube, wir hatten sogar irgendwo ein Dorf gesichtet, ne? So. Landen wir mal hier. So. Wo war nochmal die Karte? Hier. Da haben wir kein Dorf gefunden. Ich sehe keins. Wir haben auch nicht so wirklich viel erkundet, ne? Ne, haben wir auch nicht. Hier war die Burg. Hier irgendwo sind wir gespawnt. Hier irgendwo. Und da war die Burg und so weiter und so fort. Sind wir hier einmal im Kreis gelaufen, um diesen Berg. Und dann war es das. Okay. Dann sollten wir einfach mal in irgendeine Richtung versuchen, ein Dorf zu finden. Und dann gucken, ob irgendeiner in dem Dorf Emeralds tauschen will. Ach so. Ich sollte einen Energy Cube mitnehmen. Nö. Sonst kann ich bald nicht mehr fliegen. Und da hat natürlich keiner was von. Ich glaube, ich baue mir mal den hier. Huch. Da ist nix. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Hat der noch Energie? Ist das mehr geworden? Okay. Also die drei. Die drei Öfen da hinten reichen wohl, um das zu befeuern. Also beziehungsweise vier, wenn man den da mit zählt. So. Ich glaube, den nehmen wir mit. Dann wird aber die Karre volllaufen, ne? Ich glaube, dann wird die Anlage volllaufen, weil dann das ganze Holz da sich ansammelt. Aber welchen soll ich sonst mitnehmen? Ich habe keinen anderen. Ich nehme die mit. Ich komme ja gleich wieder. So. Ich komme ja gleich wieder. Ja. Wir nehmen einfach mal diese Richtung da, ne? Hier ist irgendwas gespawnt. Was ist denn da auf der Karte so rot? Das Spinnen oder was? Das ist wahrscheinlich unter der Erde. Ich hätte ein Bett mitnehmen sollen, ne? Egal, da können wir ja noch ein paar Endermänner verspeisen. Wir suchen ein Dorf. Hier ist noch ein bisschen Mossstein. Okay. Geht schon wieder los. Das ist ja gleich ein Blaze-Spawn, ne? Juhu. Da fliegen die Flammen. Zünd mir bloß den Wald nicht an. Den brauche ich noch. So. Wo finden wir hier ein Dorf? Am besten nicht allzu weit weg. Juhu. Das noch Meteor... 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 De muss ich auch mal markieren. Skystone. Den markiere ich mir. ich werde später werde ich die alle brauchen die Gips habe ich letztens gesehen oder gelesen irgendwo die Gips tatsächlich auch unterirdisch die Dinger aber vielleicht müssen wir ja unterirdisch gar nichts unternehmen vielleicht finden wir ja oberirdisch alles